Einfach gehst du mit Stier und dann kommst du mit das von Bomben. Das ist eine schöne Sache. Ja, wir haben sie da. Also ein Schütz. Das ist Spaß. Ciao. Siehst du, du möchtest einmal das schwarze Brunnen? Gerne. Ja. Direkt in den Mund, oder? Einfach mal hier ausmachen. Und ein Glas von dem Raum. Ja, wir sind schwarze Brunnen. Und, um, dann bekommen wir die Brunch. Und die Brunnen Fellow haben sie dann. Ja, das war ganz schön. Dann haben wir da. Dann haben wir da, die Brunch den Markt genommen, das war hier passiert. Wir fragen uns, die Brunch. Eine Brunch, das fängt ihr wieder an. das ist ein Wiener.